Was ist denn jetzt das hier überhaupt reingeschafft worden? Was ist denn das hier? Was ist das? Granate kommt! Boah, guckst du voll. Das ist gar nicht. Achtung, Cat! Wie schmeckt dir das? Ein He- Das waren jetzt nicht unbedingt wenige. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe die Tüfe übersehen. Die hängt irgendwo im Anfangsraum. So viel Munition, wie hier ist, wird es hier bestimmt gleich lustig. Ich habe die Tüfe überrascht. 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 Was ist das? Ich rufe die Daten ab. Pathfinder, diese Konsole enthält detaillierte Informationen über die auf Eos heimische Tierwelt. Sie sind überaus nützlich. Kann Prodromos etwas damit anfangen? Ja, die Kolonisten der Initiative würden davon enorm profitieren. Gut, dann machen wir unseren Leuten mal ein Willkommensgeschenk. Ich bin mir noch nicht sicher, was die Munition hier tut. Ganz aufwendig, ganz viel Munition verteilt für nischt. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Irgendwie kommt es mir immer noch zu ruhig vor. Es fehlt immer noch irgendeine Lüfe. Sieht aus, als wäre es noch nicht vollständig. Ja, so sieht das aus. Die will ich aber jetzt haben. Dann können wir uns aufhebreden. Gehen. Dann können wir uns immer wieder aufhebreden. Dann werden wir dich aufhebreden. So, an ihm jetzt ist es noch mal raus. Hier habe ich noch keine Hilfe gefolgt. Jetzt aber. Das sollte es gewesen sein. Danke. Danke. So, was habt ihr für mich hier versteckt? Ich kann dann nur noch der sein. Und das dann nur entsprechend der hier. Dann muss der da hin und der da hin. Gleich der erste. Da kommt also der hier hin. Da fehlt der. Der kann nur da hin. Das heißt, hier in der Reihe fehlt dann noch der. In der Reihe fehlt der hier und der da. Eingabe akzeptiert. Natürlich. Wunderbar. Dann können wir jetzt wieder rausgehen. Sie nähern sich dem Nav-Punkt, den die Cat aus den Reliktkernen extrahiert hat, Pathfinder. Okay, halten wir die Augen nach Cat offen. Ähm, wir waren gerade da. Ich bin mir auch dabei. Kampfbereit machen! Kampfbereit machen! So, haben wir hier noch Möhr. Nicht direkt. Anlage 2 Beständigkeit und da hinten haben wir noch mal Steine klopfen. Das ist eine Forschungsstation. So lustig wie das Autofahren ist, aber ich glaube, von da müsste ich dann irgendwo da durcheiern. Das ist, glaube ich, angenehmer zu fahren von hier aus. So, schalten wir die Quest noch auf. So, schalten wir die Sam, hast du eine Position für diesen Rokar-Sender? Ja, Pathfinder. Das Kommunikationssystem von Anlage 2. Okay, dann wollen wir Axel nicht warten lassen. Nav-Punkt zum Hochladen von Rokar-Signal markiert. Halten Sie sich bereit. Das führt Sie direkt zu Ihnen. Wir kennen diesen Ort. Sie nicht. Wir liefern Ihnen einen Kampf. Ich hätte den Koloss da drin lassen sollen. Das wäre jetzt lustig geworden. Beginne mit Upload des Rokar-Signals. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um in Deckung zu gehen. Mensch, ich habe Ihnen gesagt, Sie würden es früh genug herausfinden. Der Sender ist aktiv. Sie konnten unsere Sperren nicht aufhalten. Sie haben es uns abgekauft. Wir warten, bis Sie am Boden sind. Bin bereit und warte. Ich bin bereit, bis Sie am Boden sind. Was ist das? Schnell und sauber! Nicht nachlassen! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Das wird Axel überhaupt nicht gefallen. Versprechen, wir kommen! Beständigkeit, Versprechen, sieht der eher nach Tod und Verhungern aus. Okay, ich weiß schon mal, wer unserem nächsten Außenposten nicht seinen Namen geben wird. Wir sind ein tolles Team! Glauben Sie, wir machen es besser als die ersten Teams, die Sie geschickt haben? Die, die gestorben sind? Was ist das denn für eine Frage? Entschuldigung, ich habe mich nur gefragt, ob es sich lohnt, persönliche Kontakte zu knüpfen. Ich war früher schon allein, das schaffe ich auch wieder. Axel, der Pathfinder kommt! Dieser Mutterlose! Alle für Verteidigung bereit machen! Klingt, als würden Sie Ihre Unterstützung verlieren. Nö! Ich fühle mich jetzt! Ich fühle mich jetzt! Ich fühle mich jetzt! Uhh! Hydra! Achtung, Granate! Achtung, Granate! Achtung, Granate! Da! Eine Hydra! Dreh' dir eine Überlastung ein! Endlich-Jugschuss! Endlich-Jugschauber! Ich hab sie verloren! Wir haben Gesetzlose! Lade nach! Ich werde das nicht vergessen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Oder? Für heute schon. Und beim nächsten Mal werden wir vorbereitet sein. Kommen Sie nach Prodrom aus Pathfinder. Wir schulden Ihnen das. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Das war's für heute. Dann laufe ich erst zum Nomad, um dann doch schnell Reise zu machen. Na gut. Äh, ausrufe, 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 ausrufe. Was ist hier? 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 Was? Was ist hier? 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 Ja das ist traurig aber ich muss… Okay wo führt das hin? Ich glaube ich muss hier aufhören… Was ist hier? Untertitelung des ZDF, 2020